Ein 27-jähriger Afghane hat am Berliner Alexanderplatz eine schwangere Frau mit Fußtritten attackiert. Als sich der Begleiter der jungen Frau dem Angreifer in den Weg stellte, entwickelte sich eine Schlägerei, bei der auch Scheiben im Regionalexpress zu Bruch gingen. Bundespolizisten trennten die beiden Kontrahenten schließlich und nahmen den 27-jährigen Afghanen mit zur Dienststelle. Die Beamten setzten den Afghanen in der Nacht wieder auf freien Fuß. Untertitelung des ZDF für funk, 2017